Wir haben sicher ein hohes Augenmerk an der Ausdauer und der Explosivität gearbeitet. Mit den neuen Coaches wird die Fitness sicher ein wichtiger Aspekt sein. Wir haben mit verschiedenen Technologien gearbeitet, um sehr präzise und individuell auf die Spieler eingehen können und auch die limitierenden Faktoren auszumerzen können. Zuerst haben wir Ausdauer trainiert, nachher Kraft angefangen und jetzt am Schluss noch beides zusammen. Am Morgen sind wir 25 Mal einen Hügel-Luhd gerannt. Das war ziemlich hart. Wahrscheinlich ist die Schweiz immer noch von dort. Jetzt machen wir ein wenig Krafttraining im Oberkörper und nachher gibt es dann noch das Ausdauertraining. Nachmittag haben wir meistens noch, wo wir uns ein wenig an unserer Kondition arbeiten. Wir waren auch schon auf dem Eis und freuen uns natürlich, wenn es endlich wieder aufs Eis geht. So, wenn wir uns ein wenig an der Konditionen gehen, wir haben uns ein wenig an das Konditionen. Wir haben uns ein wenig an der Konditionen mit dem Konditionen.